1879 Thomas Alva Edison So, hier sind wir ungestört. Aber Chef, deine Frau könnte uns erwischen. Nein, nein, ich habe alles abgeschlossen. Schatz, ich kann euch hören. Mit einem Firmensitz im TWI wäre ihm das nicht passiert. Ihre neue Adresse, ihr neuer Firmenstandort. Jetzt im TWI, dem Technologiezentrum in Westösterreich. Mehr als nur ein Standort. www.twi.at